Musik Yeah, Buddy! Was geht ihr, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen hier bei PovrodTV, Povrod Goes Minecraft mit eurer Hilfe. Ich habe wieder viele tolle Tipps von euch bekommen und ich muss jetzt erstmal zurück nach Hause finden und ich vermute, zu Hause ist über den Berg. Und es ist auch so. Ich muss nach Hause. Ich habe jetzt ein bisschen Fleisch gesammelt und ihr habt mir geschrieben, was ich brauche, um im Nether zu überleben. Dankeschön auf jeden Fall dafür. Und zwar haben die meisten von euch geschrieben, Povrod, das macht keinen Sinn, dass du ohne komplettes Equipment ins Nether gehst. Das heißt, mindestens alles aus Eisen, schöne Rüstung, schöner Helm, Schuhe, Hose, alles aus Rüstung und dazu ein Schwert, Schaufel, also wirklich komplett mit Spitzhacke, alles komplett ausgelöstet. Also die Stecker habe ich. Was habe ich jetzt hier noch? Dö, 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 dö. Fackeln kann man immer bei sich tragen. Verrottetes Fleisch brauche ich auch nicht. Rohes Schweinefleisch mit Kohle. Das kann ich mir doch schön braten, dann habe ich vernünftiges Fleisch. Was habe ich hier? Ich habe vier Eisen. Achso, die muss ich gleich auch nochmal verarbeiten. Und dann muss ich letztendlich in meine Höhle gehen. Mir hat jemand Chris, ich schaue nochmal, ne, Creeper HD, hat mir ein ganz, ganz tolles Kommentar geschrieben und genau darum geht es mir. Solche Kommentare helfen mir mega weiter. Und zwar, was ich genau bauen muss, also Helm, Brust, Hose, Schuhe, Schwert, Pickaxe, Schaufel, Axt, dass ich das alles mitnehme. Und genau solche Kommentare, die helfen mir mega, mega weiter. Also ich habe jetzt auch von jemandem gelesen, Povrod, verschöner doch mal dein Haus. Wie soll mir das weiterhelfen? Ihr sollt mir doch schreiben, wie ich mein Haus verschönern soll. Also nicht einmal, verschöner dein Haus. Leute, dann schreibt mir, ihr könnt diese Map, ihr könnt dieses Haus hier, ihr könnt das Schloss oben, das noch nicht fertig ist. Das könnt ihr alles mit mir mitgestalten. Und von daher, ja, schreibt einfach in die Kommentare, was ihr genau haben wollt. Und schreibt mir auch immer, wie man das craftet. Jetzt habe ich wieder ein paar Kommentare geschrieben, äh, gelesen. Povrod fragt doch einfach Kev. Ich habe es von Anfang an gesagt, ich will nicht, dass, wenn Kev jetzt hier beisitzen würde, der würde ja alles sofort ummodeln. Sofort. Da bräuchte ich ja gar nichts mehr selber machen. Und deshalb, ganz langsam lerne ich das. Ich lerne das mit eurer Hilfe. Ja, und gute Laune habe ich dabei sowieso. Gute Laune ist ein Muss. So, jetzt mache ich mir hier aus den Eisenstücken nochmal eine Eisenspitzhacke. Damit ich auch schneller gleich in meiner Höhle das Eisen abbauen kann. Das geht auch hier schön fix. Zwei haben wir schon. Wir bauen noch ein drittes. Und dann gehe ich direkt in die Höhle. Und dann baue ich, was hat mir jemand, was hat mir der Crisp geschrieben? Äh, der Creeper Crisp. Schön crispy. Ähm, was hat er mir geschrieben? Ich brauche 34 Eisen. Das, äh, das weiß ich gar nicht, ob ich das mit einer Spitzhacke hinkriege. Fällt mir gerade mal so auf. Habe ich noch mehr Bruchstein? Ich habe keinen Bruchstein mehr. Ich habe aber unten, ich weiß, ich habe unten irgendwo auch noch ein Crafting Table. Naja, wir fangen erstmal an abzubauen. Eisen sollte relativ leicht zu finden sein. Eisen, ich brauche natürlich auch ein paar Stöcker. Ich habe jetzt hier noch 18 Stück. Oh, ich muss was futtern. Ich weiß noch, als es Minecraft ganz am Anfang gab. Und da gab es sowas wie mit den Essen und so weiter. Das gab es gar nicht. Da war Minecraft noch viel, viel eingeschränkter. Das ist, glaube ich, das Erfolgsrezept an Minecraft. Es ist relativ simpel geblieben. Aber andererseits hat es halt trotzdem wieder mega viele Möglichkeiten. Also ich glaube anders. Nur die Optik ist simpel, aber die Möglichkeiten sind so genial, weil sie fast unendlich sind. Ja, letztendlich muss ich mich jetzt einfach überall umschauen. Und Eisen mitnehmen. Und nach Möglichkeit nicht auf irgendwelche Monster treffen. Kohle habe ich gerade gesehen. Papi sucht Eisen. Yeah, buddy. Ja, Kohle kann man eigentlich auch noch mitnehmen. Kohle ist einfach immer wichtig. Ich muss ja auch letztendlich diese 34 Eisenblöcke ja auch noch zu Eisen schmelzen in meinem Ofen. Zu so Eisenbriketts. Und nebenbei ein bisschen Bruchstein mitnehmen. Das schadet nie. Das mag ich eigentlich in solchen Höhlen. Wenn man auf irgendwelchen Missionen ist, was anderes sucht. Und dann nimmt man einfach nebenbei nochmal ein bisschen Bruchstein mit. Und auf Dauer nimmt man sogar ziemlich viel mit. Weil man eigentlich auch ziemlich viel buddeln muss in solchen Höhlen. Auf Ebene 12 haben mir auch ganz viele geschrieben. Da bin ich jetzt ja noch weit von entfernt. Aber wir suchen mal. Ganz in Ruhe. Ohne Stress. Sonst kriege ich noch hier ein Burnout-Syndrom vom vielen Ackern. Ja, was haben wir denn hier? Ach, das ist Gold. Das ist kein Eisen, mein Freund. Aber ich nehme es trotzdem mit. Wer weiß, wofür ich es später brauche. Also diese Folge widme ich dem Rohstoffe sammeln. Ich glaube, ich habe schon viele Folgen dem Rohstoffe sammeln gewidmet. Aber ich glaube auch, dass es einfach in Minecraft so wahnsinnig essentiell ist. Weil man hat... Wow, hier sehe ich doch Eisen, Baby. Hier sehe ich ordentlich viel Eisen. Und da baue ich mich jetzt durch. Komm. Hopp. So schnell konnte ich gar nicht reagieren. Und im Wasser erst recht nicht. Ah! Aha. Wieder ein Goldblock hingestellt. Schön. Von wo kam der? Der hat einfach von oben irgendwie runtergejumpt. Oh, nicht schlecht. So. Hopp. 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 Ich habe keinen. Ich habe keinen Block mehr. Aber das reicht. Das wird reichen. Äh... Das ist auch nicht schlecht. Hier immer meine Fackeln noch ready zu haben. Und Papi Jump. Okay, das war jetzt wirklich keine Herausforderung. Aber nice. Da habe ich schon mal mein erstes Eisen auf jeden Fall. Ja, nicht ganz so viel wie erwartet. Na ja. Dann geht es erstmal wieder zurück. Ab zur Aus... Äh, nicht ab zum Ausgang. Ab zur Megahöhle. Oh, schön. Wieder Eisen. 34 Stück. Die müsste ich zusammenkriegen. Eisen ist zum Glück nicht so schwer zu finden wie Diamanten. Diamanten war schon echt eine ziemliche... Eine ziemliche Suche. Oh, wie schön. Vielleicht noch ein bisschen Eisen. Oh, noch mehr. Schön. Ich will halt... Nein, nein, nein. Die wollen... Alter. Sind die blöd? Äh, ja. Hallo? So strong können die doch gar nicht sein. Das sind kleine Ratten. Mein Gott. Ich bin fast daran gestorben. Irgendwelchen kleinen, ekligen Ratten. Come on. Gut, dass ich mir das gebratene Schwein... Mh, gebratenes Schweinefleisch. Gab es bei mir übrigens gestern auch zu essen. Hahaha. Eisen. Boah, es ist so gut, dass Eisen echt so schnell zu finden ist. Was habe ich denn jetzt? 14 Stück. Ich brauche 34. Das kann ja wirklich... Ausgang. Wollte ich zum Ausgang eigentlich nicht. Jetzt bloß nicht irgendwo an Eisen vorbeilaufen, Alter. Wahnsinnig viel Kohle. Und ich brauche ja letztendlich auch 34 Stück Kohle. Aus einem Kohle und einem Eisen wird im Ofen ein Eisenbrikett. So viel habe ich schon gelernt. Hehehe. Na, wo geht es jetzt lang? Ausgang, aber ich will weiter zur Höhle mit Kev. Okay. Du, 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 du. Schönes Höhlensystem, keine Rohstoffe. Mh, mh. Hier hätte ich doch irgendwo meine Diamanten gefunden, oder? Ich glaube, es war hier ganz in der Nähe. So, Eisen. Leute, diese Höhle ist riesig. Ich zeige mir mal irgendwo Eisen. Eisen. Kohle. Kohle ist auch erstmal okay. Aber Eisen wäre mir noch viel, viel lieber. Hallo. Da. Da ist was. Und ab geht's. Hopp, hopp. Ja. Äh, hopp. Hopp. Okay, machen wir es einfach anders. Wo habe ich ihn? Bruchstein. Zack. So, das ist das Eisen. Ich hoffe. Ja. Okay. Ja, dahinter ist auch noch was. Hier auch noch. Wow, und hier ist schon wieder Lava. War ich hier schon drin? Alter, das sieht natürlich brutal aus. Wow, wo kann ich hier lang? Wow. Da muss ich, äh... Oh nein, jetzt please, wenn ich hinst... Okay, das... Geht klar, ja? Okay. Wow, neues Höhensystem. Hier scheine ich noch nie drin gewesen zu sein. Und wieso geht das schon wieder so weit, ey? Diese Minecraft-Höhlen sind unglaublich. Oh, ne. Können die mich angreifen? Ich glaube, die greift mich nicht an, oder? Aber Eisen. Eisen ist schon mal gut. Ich habe aber immer natürlich Angst vor irgendwelchen Monstern. Okay, das sieht aber erst mal so aus, als ob ich hier friedlich abbauen kann. Zack. 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 Oh, schöne Stelle. Ja, schön. Und wie viele... Oh, 25 schon? Ey, das geht echt gut. Und da sehe ich schon wieder nächsten Rohstoffe. Hier ist es. Eisen. Erst mal alles wieder beleuchten. Also bis 34 kommen wir ja mega locker. Und weiter geht's. Oha, wo bin ich hin? Das Problem ist, Leute, ihr kennt meine Orientierung. Wenn ich mich jetzt hier wieder irgendwo... Okay, da war ich schon mal. Aber jetzt weg. Jetzt weg. Jetzt weg. Da was... OMG. Bin ich an irgendeiner anderen Ebene gelangt? Ich finde hier nie wieder raus. Oh nein. Mal gucken, was aber da hinten ist. Oder ich bin jetzt einfach nur ein bisschen eine Ebene tiefer gerutscht und kann da gleich wieder hoch. Kannst nur hoffen. Alter, Wahnsinn. Die Eisensuche ist gleich beendet. Wie schnell ging das bitte? Die Folge dauert noch keine 10 Minuten und ich habe schon 34 Eisen gesammelt. Ist doch nicht dein Ernst, oder? So, dann wieder ab zurück. Ja, schön. Hier war die Lava. Was bräuchte ich denn noch? Zwei Eisen. Ich habe da... Ich habe was gesehen. Ein Eisen. Komm schon, komm schon hier. Wo eins ist, muss... Ist kein zweites? Aha. Okay. Das heißt, mir fehlt immer noch eins auf jeden Fall. So, finde ich jetzt gleich auch irgendwo wieder mal ein Schild. Also ein Schild, wo ich geschrieben habe, wo vielleicht der Ausgang ist. Da ist Kohle. Das lohnt sich definitiv auch nochmal für mich abzubauen. Yes. Yes. Kohle en masse. Papa! Nice. Ich brauche auch 34 Kohle, aber das sieht gerade echt gut aus. Ich vermute mal, dadurch, dass Kohle so häufig gebraucht wird, ist das auch mit Abstand der am häufigsten gefundene Rohstoff bei Minecraft. Also außer jetzt natürlich normalem Stein oder Baum oder Stöckern. Aber ich glaube, es ist echt so. Umso seltener man auch einen Rohstoff braucht, umso seltener... 34 Kohle. Boah, ich bin komplett ausgerüstet. Das heißt, ich brauche jetzt nur noch die zwei Eisen und es ist geschafft. Und was sehen meine müden Eukle... Ah, gefunden! Nice. Das ging echt schnell und gut. Und da bin ich auch ganz froh, weil immer unendlich viele Rohstoffe zu sammeln, da hat man ja auch nicht Bock drauf. Und hier nochmal Eisen. Das nehme ich jetzt alles mit. Wer weiß, wenn ich wieder sterbe im Nether... Boah, das würde mich ankotzen. Oh nein. Ihr habt mir ja schon in den Kommentaren vieles geschrieben, wie ich im Nether länger überlebe, dass ich auch schnell laufen soll und so weiter. Ich kann nur eins hoffen. Das ist jetzt diese ganze Suche... Oh nein. Und der mich tötet. Und der mich töten würde. Oh, verdammt. Verdammt. Mir geht der Arsch richtig auf Grundeis. Jetzt diese ganze Suche, das kann nicht umsonst sein. So, hier sieht es gut aus. Wo komme ich jetzt hier am schnellsten raus? Da. Das sieht aus, als ob wir das künstlich mal gebaut hätten. Und da sehe ich ein Schild. Ich liebe sich diese Schilder. Da hat mich gerade irgendwas angestupst. Ausgang. Wo geht es zum Ausgang? Höhle mit... Ausgang. Oh, Papier ist gleich draußen. Und ich kann es alles verarbeiten, muss ich ja. Ausgang. Ach, schon wieder muss ich diesen Weg durch die ganze Höhle gehen, glaube ich. Erstmal muss ich was futtern, weil ich habe Hunger. Ich habe keine vollen Herzen. Sackgasse. Dann ab zum Ausgang, Baby. Hopp, 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 hopp. Hopp, hopp. Ausgang gleich rechts. Komm schon. Ausgang. Nice. Ich liebe diese Schilder, ehrlich. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, wie ihr das managt, aber ohne diese Schilder, ich würde immer in dieser Höhle rumherirren. Vielleicht, wenn man Minecraft wirklich so mega hauptberuflich spielt, quasi. Ich glaube zum Beispiel so jemand wie Cav, der würde sich dann doch irgendwie in so einer Höhle zurechtfinden, wenn er einfach in der tausend Millionen Mal war. Aber für mich ist das gar nicht so einfach und ich merke mir sowas auch nicht. Ich mache das auch im echten Leben so. Ich merke mir Dinge nicht, die man sich aufschreiben kann oder so. Dadurch ist der Kopf einfach freier. Man macht sich weniger Gedanken, weniger Sorgen. Also ich mache mir echt nur Gedanken über das ganz Wichtige oder halt Sachen, die ich nicht so aufschreiben kann. Also, was weiß ich. Ich kann ja nicht aufschreiben, wie ich mit jemandem klarkomme oder so. Okay, das könnte man schon. Ich glaube, ich kannte sogar mal jemanden, der das echt gemacht hat, über jeden Menschen so ein Tagebuch geführt. Finde ich aber jetzt mega krass. Das muss auf jeden Fall nicht sein. So. 47. Zack, dann lassen wir noch ein bisschen Kohle über. Hier hatte ich sogar noch Kohle. Okay. Gold brauche ich dann nicht. Bruststein brauche ich nicht. Das Fleisch brauche ich. Die Stöcker brauche ich. Die Fackeln brauche ich. Das heißt, Leute, wir haben genug Eisen. Wir haben genug Kohle. Ich werde in der nächsten Folge alles zusammenbauen. Ich werde jetzt die nächste Folge auch erst einschalten, wenn das hier verarbeitet ist. Denn wozu sollen wir jetzt hier fünf Minuten einfach nur warten? Ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen, für eure Kommentare. In diesem Fall ganz herzlich Creeper. Es hat mir sehr geholfen. Ganz detailliertes Kommentar. Ich bin euer Paul Wart. Bis zum nächsten Mal, Leute. Danke und ciao, ciao. Ich bin euer Paul Wart.